Gewichtszunahme, wie bekomme ich das hin? Ernährungsinformationen für das Thema Untergewicht. Leute, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistente mit Kassenzulassung und eigene Praxis und heute mal das Thema Gewichtszunahme. Wie bekomme ich das hin, dass das Gewicht hochgeht? Und zwar immer dann, wenn es um das Thema Untergewicht geht. Also ihr könnt als allererstes, hier luschert schon die Flasche. Ja, was würdet ihr denn sagen? Was sagt die uns? Was brauchen wir denn, um eine Gewichtszunahme hinzubekommen? Ihr Lieben, wir brauchen als erstes eine Eiweißquelle. Es gibt die Möglichkeit, Quark, Joghurt mit Obst oder so zum Beispiel in Süßform als Shake zu machen. Natürlich könnt ihr auch, es ist ja hier nur eine Demo-Flasche, Eiweißpulver nutzen und dann mit den Milchprodukten zum Beispiel zusammen. Wenn ich in die Essensgeschichte gehe, ist es wichtig, dass ich für die Gewichtszunahme einen Zellaufbau bekomme. Und den Zellaufbau bekommen wir immer, wenn mehrere Mahlzeiten gegessen werden, wenn die Mahlzeiten eiweißlastig sind. Da die Eiweißlast kriege ich natürlich auch über Hülsenfrüchte zum Beispiel hin, kriege ich über Quark, über Joghurt. Ich kriege sie auch über die tierischen Produkte, wenn ich möchte, in Richtung Ei oder Fischfleisch, Geflügel. Kann ich alles nutzen, weil das alles Eiweißquellen sind. Und die Eiweißquellen helfen immer, den Zellaufbau hinzubekommen, weil ich will ja bei der Gewichtszunahme eben nicht Fett zunehmen. Wir wollen ja nicht, dass das Körperfett steigt, sondern wir wollen, dass die Muskelzellen steigen und dass der Aufbau von Zellen stattfindet. Und dafür brauchen wir eben die Eiweißquellen. Die pflanzlichen Eiweißquellen können zum Beispiel auch sowas sein wie Kichererbsen, wie Linsen, wie normale Erbsen. Das heißt die klassischen Hülsenfrüchte, Bohnen zum Beispiel. Da gibt es ja noch dicke Bohnen. Dann könnt ihr gerne Nüsse mit einbauen. Ist eine gute Zwischenmahlzeit für zwischendurch. Wer mag, kann natürlich auch Getreideflocken nehmen. Also sowas wie Haferflocken, Vollkornhaferflocken, normale Haferflocken, zart und fein. Und dann wäre die Struktur noch Brot. Wenn man will, kann man das mit einer Eiweißquelle belegen. Also Quark, Joghurt zum Beispiel. Und ihr könnt, jetzt mal gucken, wo er ist. Käse oben drauf legen. Und was bei allem nicht zu vergessen ist, wer mag, kann natürlich auch gerne Salat drunter machen. Oder ihr macht euch einen bunten Salat mit Tomate, Gurke, Paprika, alles was ihr mögt. Also bei den Salaten übrigens, wenn ihr jetzt sagt, ihr macht euch einen bunten Salat, immer gucken, dass ihr eine Eiweißquelle dazu habt. Also zum Beispiel Käsewürfel dazu. Oder ihr macht euch ein bisschen Wurst klein geschnitten. Oder ihr macht euch Fleischwurst da rein. Oder ihr macht euch ein Ei. Würde auch gekochtes Ei gehen zu dem bunten Salat. Das heißt, schaut, dass da eine Eiweißquelle zukommt. Es ist auch möglich, wenn ihr zum Beispiel Fleisch klein schneidet und dann mit dem Salat mixen. Also Ziel ist, wir brauchen in den Mahlzeiten die Eiweißquelle. Wenn ihr Obst habt, also zum Beispiel Orange, Banane, was auch immer, könnt ihr sie zum Beispiel mit einer Quarkgeschichte mischen als Quarkspeise oder mit Frischkäse oder mit Joghurt. Je nachdem wie ihr mögt oder ihr nehmt von allem etwas. Der Hintergrund ist, dass das Obst alleine natürlich auch gegessen werden kann. Um die Zellen aufzubauen, brauchen wir eine Eiweißquelle. Und von daher ist immer ganz sinnvoll, ein bisschen Eiweiß mit dem Obst zu kombinieren. Es gibt viele Patienten, die auch immer Haferflocken zum Beispiel nutzen. Müsli-Geschichten würden gehen mit ein bisschen Obst und schaut, dass ihr dann eine Eiweißquelle habt. Könnt ihr klassische Milch nehmen, wenn ihr es vertragt. Wenn ihr das nicht vertragt, könntet ihr gucken, ob ihr in den Joghurt geht. Wenn ihr den auch nicht vertragen müsst ihr gucken, ob Frischkäse, Molke, Buttermilch oder zum Beispiel der klassische Quark geht. Schöne Botschaft, die Milchprodukte dürfen in einer höheren Fettstufe verwendet werden, weil die Eiweißquellen an der Stelle helfen, die Muskelzellen aufzubauen. So ihr Lieben, ihr habt glaube ich jetzt ganz viele Tipps für das Thema Untergewicht und Gewichtszunahme. Probiert es einfach mal aus. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr alles so darüber denkt. Ihr Lieben und Herzchen zu euch. Danke fürs Zuschauen, wollte gerade sagen zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.